Hast du die Dorfbewohner begrüßt? Fiktion Jetzt fliege ich da wieder so krass rein, das ist einfach ne richtig geile Animation einfach BAM Das ist einfach mega Ein schimmerndes Licht im Land des Frostes Elpis Die Arche der Hoffnung erschaffen von den Göttern um große Prüfungen zu meistern Ja, haben wir auch geschafft Die Arche der Hoffnung